Diese Woche war es wieder soweit, Vollmond über ganz Franken und viele Menschen behaupten ja, dass sie da nicht so gut schlafen können. Wissenschaftlich erwiesen ist das aber bis heute nicht. Egal ob Vollmond oder nicht, Träumen ist Trainingssache, sagt ein Mann aus Nürnberg. Er ist sogenannter Klarträumer. Lucides Träumen, ich habe sowas noch nie vorher gehört, aber ich träume ja auch schon von einem wundervollen warmen Sommer ohne Corona natürlich. Ob das eintrifft, das weiß natürlich keiner, aber die Aussichten für die nächsten Tage, die kann uns Ulla Küffner schon verraten. Ulla, mir wäre es am liebsten, es würde einfach so schön bleiben. Wie schaut es denn da aus?